hallo liebe community und zuschauer ich bin's wieder ja jetzt wollen wir ja geil beendet mit einem kleinen fehler so ich habe mich bisschen beruhigt ja macht schlangen auge weg 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 danke nicht den selben fehler machen einfach darüber genau so macht man das noch mal richtig ich habe gerade festgestellt ich habe keinen kann kein heilen sprich die trafen wollen jetzt kann ich nicht verheilen muss man gucken ob ich dann noch irgendwo so ein träne finde war das glaube so jetzt konzentration da wo ist sie ja alles klar hier weg von mir hasse hau ab du stinkst ja 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 och man 1 2 MEINE Fresse KUTZ DAS EIN AN und Tops und Drachenblut ich wusste es man hat ja ich könnte kotzen könnte kotzen nein ok Tschüss. Wir reden nicht darüber, okay? Lass uns nicht darüber reden. Lass uns nicht darüber reden. Oh, klar, dann... so im mtau was habe ich denn hier noch wie das mal Ja, alles klar, ich werde Eiskarte hin. Ja, ja, ey, B. Ja, das war's für mich. Fuck! Meine Fräse! Alter! Ich hab' keinen Bock auf dich, du kleines... Ja, alles klar. Hä? Ja, ob die so gut zielen kann? Ja, das ist mein Liebes, Spike. Ja, das war's für dich. Faktoren! Werken? wastewater release die alte ist ja so nervig wie kann man sowas ohne wird wie kann man sowas ich will mal gucken ob ich das feuer ausstärker machen kann das kann ja nicht angehen wie kann man sowas so programmieren wie me a etwas verkaufen das krieg hinterher geschmissen genauso wie das hinterher geschmissen ja Und ich bin der Material alles klar. Ich kürze den strahlkotzen ohne Witz. Manche Sachen kriegst du echt hinterhergeschmissen. Am wenigsten habe ich das. Dass ich die dann heilen kann. Den anderen Miniboss kein Problem. Denn davor ein paar Zweitanäufe habe ich gebraucht. Beim dritten habe ich ihn besiegt. Kein Problem. Die Alte. Jo, guten Tag. Ich bin Schlangenauge. Was bist du? Ach nix. Ich schieße dir mal kurz die Rübe weg. Alles klar. Wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Mehr so ne Art. Und dann die Kamera-Perspektive macht mir auch noch Schwierigkeiten. Das ist jetzt in die Hose gegangen. Ich hätte geholt. Ja, alles klar. Ich war eigentlich bei ihr drüber. Ja, alles klar. Da hat sie mich. Leute. Ja. Ja. Lachhaft. Das war jetzt lachhaft. Das war jetzt. Okay. 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 Ja, habe ich drüber gesprungen. 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 Ich musste das jetzt machen. Ja. Ja. Ja, habe ich drüber gesprungen. 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 Ja. 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 wie ich hab arsche geworfen will mich das spiel trollen ich hab keine arsche werde hier durchgegangen werde hier durchgegangen aber nein warum auch dieser eine scheiß hier durchgegangen ohne witz das kotzt einen an ich kann ja nicht einfach hier an die vorbeischleichen weil da war nebel komme ich nicht durch ich frage mich wie speedrunner das machen bei der person muss ich habe ja noch da 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 glaube ich nochmal einmal sagt ich muss gleich wenn ich die angezündet habe zuschlagen bist und geht nicht mehr Okay. Yep. Alles klar. Mhm. Mhm. Mann. Wo ist die Alte? Ja. Ja. Äh. Ey. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Äh. Okay, liebe Leute, das war's von dieser Folge. Ich will mich wieder zu sehen. Sagen wir mal so gut, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Gehmannico ist raus. Kurz und schmerzlos, Leute. Links auf der Säule die letzte Folge des Projekts. Rechts auf der Säule ein anderes Projekt. Schaut da mal rein. Und was Erik in den Schnabel hat, ist mein Kanal. Lasst mir was da. Und Charlie kommt da auch schon angeflogen mit. Ein Kanal, den ich euch ganz herzlich will. Schaut da mal rein. In dem Sinne. So gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.